Ich war halt aber davor auch schon gut, Fabian hat mich doch jedes Mal von hinten genommen. Ich war halt aber davor auch schon gut, Fabian hat mich doch jedes Mal von hinten genommen. Alright, dann lass uns die Wichser mal umbringen. Bist du bereit Chef? Meinst du Fabian Siegesmond? Ich meinte eigentlich den Feuerriesen in Elden Ring, aber weiß ich nicht.